Herzlich willkommen zur dritten Lektion des IMOX-Kurses Programmieren lernen mit Python – Objektorientierte Programmierung. In dieser Lektion werden wir uns mit den Methoden und der Objektlebensdauer auseinandersetzen. Wie in den Lektionen davor haben wir zu diesem Zwecke wieder einige Codesnippets vorbereitet. Was sind Methoden bzw. Funktionen? Nun, wir haben sie bereits in der vorherigen Lektion behandelt. Es handelt sich hierbei um Codeblöcke, die bestimmte Logik ausführen. Das könnte zum Beispiel eine einfache Addition von drei Parametern sein. Der Unterschied zwischen Methoden und Funktionen besteht darin, dass Methoden zu Klassen gehören, Funktionen jedoch nicht. Letztere können an beliebiger Stelle definiert werden. In Python verwenden wir das Schlüsselwort DEV, um eine Funktion zu erstellen. Eine Funktion beginnt immer mit dem Schlüsselwort DEV, gefolgt von dem Namen der Funktion, einer Liste von Argumenten in Klammern und einem Doppelpunkt. Diese drei Teile nennt man Signatur, welche eindeutig ist. Danach beginnt der Funktionskörper, Scope, von dem wir in der letzten Lektion gehört haben. Sehen wir uns an, wie Methoden in einer Klasse aussehen. Wir haben eine Klasse namens Talk mit den Attributen für den Namen und das Alter. Die Attribute haben wir als Private definiert. Sie sollten also von außen nicht direkt manipuliert werden. Wir haben auch wieder einen Konstrukt darstellt, der eine spezielle Art von Methode ist. Wir haben auch einige Methoden definiert, die es uns erlauben, indirekt auf den Namen und das Alter zuzugreifen. GetName, GetAge und SetAge. Wir sehen auch, dass unsere Get-Methoden das Schlüsselwort Return verwenden. Return liefert uns einen Wert aus der Funktion zurück. Das bedeutet, wir können einer Variable den Wert zuweisen, der aus dieser Methode kommt. Die Methoden verwenden dann auch das Self-Schlüsselwort und sind daher Instanzmethoden. Wir werden uns in Kürze ansehen, was diese genau sind. In beiden gibt es verschiedene Arten von Methoden. Mit den folgenden drei werden wir uns auseinandersetzen. Instanzmethoden, Klassenmethoden und den statischen Methoden. Wir beginnen mit den Instanzmethoden. In unserem letzten Beispiel haben wir bereits Instanzmethoden verwendet. Diese Art von Methode wird über das instanzierte Objekt aufgerufen. Das erste Argument in Ihrer Parameterliste ist immer das Schlüsselwort Self, das eine Referenz zum aktuellen Objekt bereitstellt. Instanzmethoden haben so Zugriff auf alle Informationen innerhalb des Objektes. Passend zu unserer Klasse Dog haben wir hier eine Beispielmethode namens SparkInLanguage, die als Parameter einen String erwartet. Abhängig vom Wert wird einfach ein Text ausgegeben. Wir sehen aber auch, dass wir Self.Name, also Objektinformation, verwenden können. Wir könnten auch andere Methoden aufrufen, die mit der Objektreferenz arbeiten. Soviel zu den Instanzmethoden. Kommen wir als nächstes zu den Klassenmethoden. Klassenmethoden ignorieren objektspezifische Attribute. Das bedeutet, dass wir Objekte erstellen und deren Attribute ändern können. Die Klassenmethoden jedoch nur die Ursprungswerte verwenden. Klassenmethoden können über den CLS-Parameter andere Klassenmethoden verwenden. Diese Art von Methode wird über den Klassentyp aufgerufen. Für die Definition verwenden wir einen sogenannten Decorator. In diesem Fall AddClassMethod. Dekoratoren erweitern die Funktionalität einer Methode. Wir werden uns Dekoratoren dann im Anschluss zu den Methodenarten ansehen. Gehen wir nun über zu unseren Klassenmethodenbeispiel. Wir haben eine Methode namens printSpecies definiert, die als Parameter CLS verwendet. Diese Methode soll den Namen sowie die Spezies ausgeben. Zu diesem Zweck greifen wir über CLS auf die Attribute zu und packen sie in die Printfunktion. Wir instanzieren dann ein Objekt des Typs Doc und geben ihm den Namen Bellow. Dann rufen wir unsere Klassenmethode über den Klassentyp auf, also Doc.printSpecies. Wir sehen, dass die ursprünglich definierten Attributswerte für die Ausgabe verwendet worden sind. Wir können die Methode ebenso über die Objektreferenz Doc1 aufrufen. Das Namensattribut besitzt also den Wert String Bellow. Zurück bekommen wir jedoch den ursprünglichen String Wert undefined. Wir können auch das Attribut Spezies direkt ändern. Jedoch wird diese Klassenmethode immer den Ursprungswert zurückliefern. Wir wissen nun, was Instanzmethoden und Klassenmethoden sind. Kommen wir als nächstes zu den statischen Methoden. Statische Methoden gehören zu den Klassenmethoden, jedoch stehen dieser Gattung keinerlei Klasseninformationen zur Verfügung. Die statischen Methoden werden direkt über den Klassennamen aufgerufen und sind meistens Hilfsfunktionen, die in der restlichen Klasse verwendet werden. Diese Methoden verwenden dann auch wieder einen Decorator, und zwar AddStaticMethode. Sehen wir uns direkt ein Beispiel an. Da Helfermethoden bei einem Taschenrechner etwas mehr Sinn machen, haben wir eine neue Klasse namens Calculator erstellt. Wir haben hier eine Methode definiert, die uns eine Summe aus Zahlen in einer Liste zurückliefert. Wir benötigen keinerlei Informationen über die Klasse und sind in diesem Fall auch nicht abhängig vom Zustand eines Calculator-Objektes. Gleich wie bei normalen Klassenmethoden können wir die statischen Methoden über den Klassennamen und die Instanz aufrufen. Wir kennen nun die verschiedenen Methodenarten in beiden. Sehen wir uns als nächstes ein Werkzeug an, das wir bereits verwendet haben, die Dekoratoren. Ein Decorator ist ein mächtiges Werkzeug, das bestehende Funktionen und zusätzliche Funktionalität erweitert. Im Grunde ist ein Decorator eine Funktion, die eine andere umschließt und so erweitert. Dekoratoren werden also gerne dafür verwendet, um Methoden zu erweitern, ohne dass die Ursprungsmethode angepasst werden muss. Das erhöht die Wiederverwendbarkeit und erleichtert auch die Wartung von Code. Sehen wir uns dazu ein kleines Beispiel an, damit wir uns besser vorstellen können, wie so ein Decorator aussieht. Für unser Beispiel schreiben wir einen eigenen Decorator, den wir OurDecorator nennen. Als Parameter können wir dieser Funktion eine andere Funktion übergeben, die wir modifizieren wollen. Im Funktionskörper sehen wir, dass wir eine weitere Funktion definieren, die wir Wrapper nennen. Wir wollen unsere Zielfunktion und Prints vor und nach ihr erweitern, was wir in diesem Wrapper auch tun. Abschließend geben wir einen sogenannten Funktionshandel zurück, über den wir unsere neue Funktion aufrufen können. Wir haben jetzt zwei Optionen, um diesen Decorator zu verwenden. Entweder wir verwenden das Add-Zeichen in Kombination mit dem Decorator-Namen oder wir rufen den Decorator direkt auf und übergehen die Zielfunktion. Der Aufruf funktioniert dann für beide Varianten gleich und liefert uns das Ergebnis, das rechts zu sehen ist. Nun wissen wir einiges über Dekoratoren und Methoden. Kommen wir nun zum letzten Thema in dieser Lektion, der Lebensdauer von Objekten. Wir haben bis jetzt viel über das Definieren von Klassen und Erstellen von Objekten gesprochen. Kommen wir nun zum Ende des Lebenszyklus eines Objektes. In beiden bezieht sich die Objektlebenszeit auf die Dauer, während der ein bestimmtes Objekt im Speicher gehalten wird und verfügbar ist. Anders als in Sprachen wie C müssen wir uns in beiden nicht aktiv um das Freigeben von Speicher kümmern. Hier hilft der sogenannte Scope. Der Anwendungsbereich bezieht sich darauf, wo in einem Programm eine bestimmte Variable oder ein bestimmtes Objekt zugänglich ist. In beiden werden Objekte automatisch gelöscht, wenn sie nicht mehr im Anwendungsbereich sind und keine Referenzen mehr auf sie vorhanden sind. Das erfolgt durch den Garbage Collector. Die Festlegung des Anwendungsbereiches wird in beiden mittels Einrückungen gesteuert. Soviel zu der groben Übersicht zum Thema Lebenszeit von Objekten. Somit endet unsere dritte Lektion. Wir haben uns angesehen, wie die verschiedenen Arten von Methoden definiert werden und was Dekoratoren sind. Des Weiteren haben wir uns mit dem Konzept des Garbage Collectors auseinandergesetzt und die Objektlebenszeit besprochen. In der nächsten und letzten Lektion werden wir uns das Thema der Vererbung genauer ansehen. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.